Seitwärtspfeilen am Partner Mein Partner unterstützt mich, damit ich sanft zu Boden gehen kann. Ich laufe nach vorne, mein Partner gibt mir ein Zeichen und zieht mich leicht am Arm. Ich setze mich auf den Hoch und schlage mit der freien Hand ab. Richtig ist ein gestreckter Arm, nicht abschützen. Ein gestreckter Arm und bis zum Boden führen. Noch einmal.